Es ist wirklich eigenartig, dass ich nicht erkennen konnte, dass Cam und mein Assistent eine romantische Beziehung haben. Sollte ich Mr. Vasiri jetzt feuern? Nein, nein, das... Was ist das? Oh, ich hatte eine brillante Idee. Du hast immer brillante Ideen. Danke. Es geht um unseren Urlaub. Oh, toll, unseren Urlaub. Sieh dir das an. Wir fahren nach... Tochow? Tochow, Tochow. Golf von Thailand? Oh, Mann. Tochow ist seit Jahrhunderten das umkämpfte Gebiet zwischen Kambodscha und Vietnam gewesen. Viele Schlachten, Massaker, Massengräber, Geschichte. Ein faszinierendes Abenteuer. Dir gefallen Abenteuer, nicht wahr? Klingt faszinierend. Du sagst, dass euch Ruhe geben soll. Nein, wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Wir fahren dahin. Da kann man segeln. Segeln. Und Sport tauchen. Super. Und angeln. Angeln. Sieh dir das an. Hey, ist das ein Wasserstrand? Ja, mit einer Bar. Das einheimische Getränk nennt man Bierheu und wird nicht von der Gesundheitsbehörde kontrolliert. Bierheu? Bierheu. Totschaum? Da fahren wir hin. Totschaum. Du hast das Paradies gefunden. Ja, das Paradies. Massengräber für mich und weißer Strand mit Alkohol für dich. Gut. Gibt es ein Zimmer, Samt? Ach, das weiß ich nicht. Geist. Das ist das. Das wird mein Zimmer in einem Zugang. Bis zum nächsten Mal.